So, jetzt aber mal. Das war okay. Der könnte richtig gut kommen. So, jetzt komm. Ran an die Fahne. Ran! Da ist er drin. Das ist ein Igel. Geiles Ding. So, Hauptsache rüber. Alter, wie geil ist das denn? Hammerschlag. Also, jetzt hauen wir aber richtig welche raus. Uh! Und rein! Was ein geiler Schlag. Ja. Und jetzt noch ein bisschen rollen, bitte. Oh, komm, geh rein! Ah! Ganz knapp, aber super Annäherung. Super Annäherung. Tap-In zum Birdie für zwei unter. Super. Oh, der geht rechts. Der geht rechts. Oh, bitte bleib liegen. Oh! Der ist hier liegen geblieben. drin ist er. Super. Super Chip zum Birdie. Super. Schöner Putt. Ja, super Ding. Guter Schwung. Der könnte auch sehr gut kommen. Hole in one. Das ist unser erstes Hole in one in diesem Spiel. Ja, Wahnsinn. Guckt euch das an. Die erste Eins. Astrein. Geil. Stark. Boah, was ist ein Putt. Hammer Putt. Wahnsinn. 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 Das ist die Minus 16. Boah. Boah. Schafft er gerade noch. Und roll, 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 roll. Wahnsinn. Super Chip. Ja, perfekt.